Musik Willkommen bei einem neuen Video von der Waldkanal. Wir haben Anfang Mai 2024 und der Wald zeigt wirklich seine wahre Pracht. Ein paar Wochen dauert es noch und dann ist er erfahrungsgemäß in seiner Maximalität. Genießt mit mir so einen kleinen Gang durch den Wald, durch den Wald im Frühling. Ein paar Wochen dauert es noch. Es gibt nichts Schöneres, als wirklich den Wald Frühling im Sommer und im Spätsommer. Vor allem so zwischen, sage ich einmal, Mai, September, Anfang Oktober zu genießen. Hier ein ganz dichter Buchenwald, der ist sowieso der absolute Traum. Alles voller Kuchen. 20 Grad. Gerade richtig, eine angenehme Kühler. Jetzt tauchen wir ein in die Buchen. Gut, dass ich gegen Zecken geimpft bin. Wir kommen hier kaum durch. Glauben Sie? Glauben Sie? Glauben Sie? Glauben Sie? hier wächst eine puche ganz ganz nahe schon viele viele jahre alt frischen triebe faszinieren mich immer sehr hier bei dieser fichte ja hier 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 ist es relativ selten dass in diesem waldstück von dem ich so viele videos mache in der südoststeiermark bezirk hartberg füstenfeld aber ganz eine leichte brise geht nicht unangenehm alte morsche bäume liegen hier natur pur matsche sind gefällt worden und matsche hat einfach das starke wind bzw unwetter umgeworfen ein bisschen geknickt kleiner zoom hier 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 erwartet konnte ich noch nicht filmen aber neben mir sind sie schon hinein geflogen ist sehr schön anzusehen und vor allem zu hören und auch hier die frischen triebe auch hier sehr schön zu erkennen die farbunterschiede genauso hier das war kurze acht bis neun minuten ein kurzer gang durch den frühlingswald anfang mai wie immer folgen auch noch mehr videos von mir es wird auch sicher wieder ein waldgeräusche video kommen beziehungsweise andere passende waldvideos und immer wieder schwarz bleibt dem waldkanal treu das würde mich freuen abonniert meinen kanal vielen dank an alle die das schon getan haben klickt auf die glocke und dann verpasst ihr kein video und wenn ich euch schon dran habe schaut auf meinen hauptkanal achtung aufnahme beziehungsweise noch läuft unter meinem namen philipp steinriegler wird auch jetzt eingeblendet gibt es viele interessante videos achtung aufnahme unterwegs zum beispiel und auto test und vieles mehr alles gute und viel spaß in der natur und mit dem wald euer philipp steinriegler und dann und dann Musik 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 Musik